Wir wissen, wieso wir hier sind. Aber ja doch, wir sind hier zur Europapremiere von Heartbeats. Das sieht man jetzt gerade nicht, weil es ausgeleuchtet ist, ne? Nein, nicht Donny. Das vom Autor von Step Up und Step The Last Dance. Indian Jabba mehr so... Na dann raus. Denn dort sind die Darsteller. Ganz ohne Robsen geht Kinoba auch nicht mehr. Drinnen hieß es für Amitash und Crystal Pressefotos, Meet & Greet und Fotos mit den Fans. Orthogramm auch nach dem Film. Und am Ende bin ich hier auf dieser Toilette gelandet und... Ich weiß nicht einmal warum. Gute Nacht. Hauptsache noch ein bisschen Sport, wa? Abonnieren! Ha, ha, ha.